Mein Dieu, das schmeckt ja, wie wenn meine Carla hat gekochte. Was ist denn das für eine Fraß? Na, das ist die neue Pizza Corruptioni vom Silvio an der Ecke. Oh, also mir schmeckt sehr gut. Pfui, der Silvio. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was der alles in seine Pizzen tut? Pizza backen mit Silvio. Beim Silvio braucht man keine Speisekarte, denn es gibt eh immer dasselbe. Pizza Corruptioni. Da wir brauchen... Drei Fernsehsender, vier Zeitungen. Elf Scheiben von einer 18-Meilen der Salami. Eine Viertel Pfund schmalziger Musiker. Und natürlich ein bisschen Geld. Ein Schuss Mafia-Kontakte. Alles gut durchklopfen. Und fertig. Oha, wie sollen wir die denn runterkriegen? Wodka. Ah, klaro. Aber aufpassen. Wegen der Fahne. Äh, also das esse ich nicht. Hey, dann bestellen wir was anderes. Wie well, mit Noldkulilanisch. Ist auch komplett ohne Kalulilen. Oh, ich könnte ganz schnell Hot Dogs machen. Nein, hab ich iranisches Spezialität. Gegrilltes Friedenstaube. Nein, 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 das für mich auch. Los, bestell mal.